Servus, heute zu unserem Verwerten-Seminar von der Bayerischen Fischerjugend. Wir haben heute unsere Fischköchin Gabi Rauch eingeladen, um unseren Jugendleitungen zu zeigen, wie man Fische optimal verwerten kann in verschiedensten Gerichten und verschiedensten Variationen, dass auch unsere Kinder und Jugendlichen wissen, was in der Küche zu tun ist. Ich mache das jetzt einmal vor für alle zum Schauen und dann geht es ja das eigenständig machen. Schon ist er ein Trikot-Bellung. Das Filetieren ist keine Zauberei, es ist nur eine Übung. Wenn ihr schon so viel Fisch in der Hand habt wie ich, dann geht das gleich zum Schlaf. Weil da so viel Fleisch an dem Gerübel drauf ist, heute gibt es eine ganz gute Sucke. Diese gebotene Soße tut gern O-Papa unten am Boden, also das, ihr seid nicht mehr, ihr seid sehr Profis. Das wird hier gemacht. Die Sendstill-Sauze wird hier gemacht. Ah, schmeckt's? Hervorragend. Musik Musik Eine fachkundige Jury hat die Qualität der Gerichte geführt. Und als geschmacklich vorzüglich bewertet. Applaus Und bist du zufrieden mit deinen Kochschülern? Sehr zufrieden. Haben sie gute Arbeit gemacht? Alle ganz engagiert und wunderbar. So soll es sein. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.